Ob es nun jede Form von Krieg, Mord oder Gewalt ist, oder ob es gegen Menschen anderer Hautfarbe, Rasse oder Religion geht, gegen alles, was anders und fremd ist, es gibt viel Misstrauen, viel Angst, Hass und Intoleranz in unserer Gesellschaft. Den Gedanken, sich diesen Konflikten zu stellen, ins Auge zu sehen, haben heute wenige. Der französische Psychologe und Soziologe Charles Rochman ist einer, der sich solchen politischen und gesellschaftlichen Konflikten stellt. Er hat Methoden erarbeitet, die sogenannte Therapie sozial, die Gesellschaftstherapie, der auch schon Südtiroler Pädagogen, Mediatoren und Sozialarbeitern weitergegeben hat. Im März startet beim KVW in Bozen ein neuer Lehrgang dazu. Heute ist Charles Rochman Gast eines ersten Informationsabends in Bozen. Anlass für uns, uns mal von ihm seine Methoden gegen Konflikte und Gewalt erklären zu lassen. Ich sage bonjour et bienvenue. Bonjour. Guten Morgen und willkommen, Herr Rochman. Guten Tag, guten Morgen, grüß Gott. Grüß Gott, Sie sprechen wunderbar Deutsch, habe ich gerade eben mitbekommen. Nicht wunderbar, aber genug. Woher kommt das? Ich habe französische Literatur in einer deutschen Universität unterrichtet. Vor 30 Jahren war ich Dozent in der Universität Köln. Und dort habe ich französisch unterrichtet. Nicht französisch, aber französische Literatur. Und ich habe eigentlich Deutsch gelernt dort. Es war die Gelegenheit, Deutsch zu lernen. Ich habe es heute in der Sendung bereits angesprochen. Ihr Ansatz beruht auf Erfahrungen, die Sie in den 1980er Jahren in den Vororten von französischen Städten gemacht haben, in den sogenannten Bournieus. Schon damals hat es gewalttätige Ausschreitungen gegeben zwischen Menschen aus Immigrantenfamilien und der Polizei. Viele von uns haben ja noch die Ausschreitungen von 2005 in Erinnerung, in den Vorstädten von Paris. Sie haben bereits damals verstanden, warum es zu solchen Gewaltakten gekommen ist. Ja, und ich habe in diesen Vororten gearbeitet. Aber seit diesen Jahren habe ich ein Institut gegründet. Und wir arbeiten jetzt in verschiedenen Ländern wie Amerika. In den USA arbeiten wir, in Russland, in Tschetschenien zum Beispiel oder in Rwanda. Und auch in der Schweiz, in Frankreich. Überall, wo die Leute es schwer haben, haben es schwer, zusammenzuleben oder zusammenzuarbeiten. Weil die Therapie Soziale hat viele Anwendungen, nicht nur in Konfliktkrisengebieten, aber auch einfach in Schulen, in Institutionen. Weil es gibt überall Schwierigkeiten zur Kooperation, überall Gewalt auch. Weil die Frage der Gewalt in den Schulen ist sehr wichtig, zum Beispiel in Frankreich, aber auch hier in Italien und überall. Wie erklären Sie sich diese Schwierigkeiten zwischen den Kulturen? Es ist eine allgemeine Schwierigkeit, miteinander anderen zu leben. Und besonders, wenn es gibt eine Situation von Krise, die Leute, diese Krise, diese verschiedene Krise in der Gesellschaft heute, wie die Krise der Autorität, die Krise der Beziehung zwischen den Leuten, die Krise der Sinne bringen viele Ängste. Und diese Ängste bringen auch Gewalt. Und diese Gewalt hat verschiedene Formen. Aber ich glaube, es kommt wirklich von der Angst und auch von einem Gefühl von Ohnmächtigkeit. Viele Leute in unserer Gesellschaft fühlen sich ohnmächtig. Und Gewalt ist eine Art, ein Problem zu lösen, die sehr destruktiv ist, aber trotzdem existiert. Und ich glaube auch, dass in unserer Gesellschaft, wir brauchen Konflikt, weil wir leben zusammen. Wir sind nicht wie die anderen. Wir haben manchmal andere Werte, andere Meinungen über das Leben, über die Beziehung zum Beispiel zwischen Mann und Frau. Und das bringt Konflikte. Und es gibt keinen Raum, leider keinen Raum, für diesen Konflikt auszudrücken, keine Erziehung zu Konflikten. Und weil diese Konflikte nicht möglich sind, einfach, es gibt Gewalt. Gewalt ist eine Art, Gewalt kommt, wenn es nicht die Möglichkeit gibt, unseren Konflikt auszudrücken. Und ich glaube, das ist der größte Grund, warum es Gewalt gibt. Also Sie sagen, es braucht eine Gesellschaftstherapie, da die derzeitige Gesellschaft orientierungslos ist und in einer Werte-Identitäts- und Vertrauenskrise steckt. Therapie sozial, sozial heisst nun dieses Schlüsselwort, das Sie in die Welt hinaustragen. Es ist eine Art Demokratieschulung. Worin besteht diese Methode? Ja, es besteht, es ist, der Anfang war, wenn ich das geschafft habe, wenn ich das, mein Institut gegründet habe, die Idee wäre, warum wäre es nicht möglich, die Gruppenpsychotherapie zu den sozialen Problemen anzuwenden. Das heisst, es ist eine Gruppenarbeit, aber das Ziel ist nicht, in die Leute zu eilen, aber die Beziehung zwischen den Leuten. Weil in den Beziehungen zwischen den Leuten, es gibt einen Mangel von Vertrauen, von Selbstvertrauen, von Empathie. Und das müssen wir lernen. Und die Sozialtherapie ist eine Art, das zu lernen, wie man kann mit den anderen leben oder arbeiten, ohne Ängste, ohne Vorurteile, ohne Projektion über die anderen. Das heisst, wir brauchen es, weil wir waren nie für ein richtiges demokratisches Leben erzogen. Wir sind alle verletzten Leute. Ich habe bemerkt, dass es in vielen Familien Verletzungen gibt. Es gibt viele Leute, wir leben in einer Zeit, wo es viele soziale Krankheiten gibt, wie Depressionen. Ich habe das bemerkt, in allen Ländern, wo ich arbeite, dass es viele Leute gibt, die einen Mangel von Selbstvertrauen haben. Es gibt wirklich eine Schwierigkeit, mit anderen Leuten zu leben. Man sieht dieses Problem auch in den Familien. Man sieht dieses Problem in den Schulen, in den Institutionen, überall. Und das Ziel der Therapie Soziale ist wirklich, diese Beziehung zwischen den Menschen zu eilen. Es ist keine Psychotherapie, aber es ist eine Arbeit über sich selbst, in der Beziehung mit den anderen Leuten. Wie funktioniert das? Sie bringen praktisch die unterschiedlichen Parteien zusammen an einen Tisch. Ja, ja, es ist sehr verschieden. Zum Beispiel in einem Viertel, wir bringen alle Akteure des Viertels, zum Beispiel Polizisten, Sozialarbeiter, Lehrer, die Bevölkerung. Oder in Ruanda, ich arbeite mit Leuten, die früher, die sind vom Gefängnis herausgekommen, weil sie haben Genocide gemacht und Leute, die überlebend sind. Und sie müssen zusammenleben in den Dörfern, in Ruanda. Und ich mache ein Training von Leuten, die diese Arbeit leiten in vielen Dörfern. Und zum Beispiel in einer Institution. Ich arbeite zum Beispiel in Frankreich in einem großen Krankenhaus und ich arbeite mit einem Team von den Verantwortlichen, die Leute, die Ärzte zum Beispiel, die eine Abteilung des Krankenhauses leiten. Und wir in dieser Arbeit versuchen, dass alle diese Leute, die eine Verantwortung haben, zusammen wirklich gut arbeiten. Das heißt, die Anwendungen sind sehr verschieden. Ihren Lehrgang besuchen also vor allem Personen, die meist aus beruflichen Gründen mit Konfliktsituationen konfrontiert werden. Sie sind dann quasi Multiplikatoren, die diese Therapie dann an die Gesellschaft weitergeben. Wo konkret, glauben Sie, kann Ihre Methode in Südtirol Anwendung finden? Oh, ich glaube, in Südtirol. Es gibt nicht die gleichen Probleme als in den französischen Verorten. Aber es gibt trotzdem Probleme der Zusammenleben und Zusammenarbeit. Es gibt Probleme zwischen Teilen der Bevölkerung hier oder mit Zuwanderern. Es gibt Probleme auch von Gewalt, zum Beispiel in den Schulen hier in Südtirol. Es gibt Probleme in den Institutionen. Das heißt, wie ein Team zusammenarbeitet. Es gibt verschiedene Probleme. Es gibt einen Mangel von Training für die Polizisten, die Lehrer. Zum Beispiel die Leute, die in der Ausbildung kommen, sind Lehrer, sind Sozialarbeiter, sind Polizisten auch. Wir haben nicht in diesem Jahr, aber im letzten Jahr haben wir drei Polizisten, die gekommen sind und sie profitieren sehr von diesem Lehrgang. Ich glaube, alle Leute, die etwas zu tun mit anderen Leuten, können von diesem Lehrgang sehr profitieren und sind sehr zufrieden, weil sie können diesen Lehrgang, diese ganze Ausbildung in ihrem Beruf anwenden. Aber sie können auch vielleicht, wie in Frankreich oder in Amerika, sie können einen neuen Beruf lernen. Und dieser neue Beruf ist ganz, es ist mein Beruf, es ist ganz neu, aber ich glaube, in einer Zeit wie heute, wo es überall eine Krise mit verschiedenen Formen ist. Ich glaube, wir brauchen einen neuen Beruf, einen Beruf, wo man kann, Leuten helfen, zusammen zu leben, zusammen zu arbeiten. Beruf, das ist die eine Seite, noch die viel wichtigere Seite, ist einen wichtigen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Ja, ja, ja. Im März beginnt beim KVW Bozen ein dreijähriger berufsbegleitender Lehrgang, der von Charles Rochmann und seinen Mitarbeitern geleitet wird. Erste Informationen können wir uns bereits heute einholen bei einem Informationsabend im KVW Bozen am Kornplatz 4. Charles Rochmann, danke, dass Sie bei uns waren. Ich wünsche Ihnen und Ihren Mitarbeitern alles Gute, dass Ihre Methode in einer demokratischen Gesellschaft auch Früchte bringt. Danke. Vielen Dank.